Ja, jetzt sind die Osterferien auch schon wieder Game Over, beirrt euch nicht wegen dem Motorradgeräusch oder so, aber ich freue mich total wieder, dass die Woche wieder normal beginnt, halt nur mit einer kleinen Hürde gurgeln, aber das werden wir schon hinkriegen. Und ja, ich freue mich bald auf jeden Fall schon auf den nächsten guten Feiertag, nämlich der 1. Mai. Und ich kann nur sagen, es wird wunderbar, ich bin hier idyllisch gesehen noch hier im Eisenstadt, weil der Bus braucht noch seine Zeit. Aber ja, ich überlebe es und wünsche auch somit noch eine angenehme neue Woche und vielen Dank für euer Vertrauen, fürs Folgen und ihr könnt mir ruhig, auch ihr, liebe Damen, ihr braucht euch nicht zu verschüssen, ihr könnt mich auch gerne abonnieren. Dankeschön und noch eine angenehme Woche.